23.07.2022 der Fevo ist in Eicherscheid beim Heckenlauf. Auch wenn es auf den ersten Blick jetzt nicht so heckenmäßig aussieht, es sind Hecken, auch wenn die ganzen Durchbrecher mittlerweile fast schon einen Wald bilden. Jetzt komme ich ins Rätseln. Hier links rein ist das eine Variante, denn die zweite Schleife vom Halbmarathon geht da raus und der Fünfer ist doch erst weiter unten. Rot für der Halbmarathon, grün für die Fünfer. Bin ich also doch richtig, dann ist der Arzt euch dann links vielleicht von den Schülerläufen. Das habe ich mir natürlich nicht angeguckt. Ich bin ja wieder schlecht informiert. Prima. Die Fragen sind super. Prima. Wir rennen, Sam. Prima. 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 Arie. Super. Super. Hygiene. Halten Aerение in die Arbeit. Seid Gesund, ja, halt dich zu. Dein Das ist kein Auto. Prima. Harry, super. Ja, wir trauen. Prima. Super. Hallo. Uwe, klasse. Hallo. Rolf, prima. Da fällt noch keiner mehr hinter mir. Prima. Jawohl, super. Den Fahrradfahrer kriegt er noch. Kann sein. 3 und 4. Super, Männer. Schönes Trio, komm. So, links in Ecke rum. Ab die Post, jawohl. Super. 5, 6, 7. Jawohl, dranbleiben, dranbleiben. Hinter euch ist nichts mehr zu sehen. Der Dr. Schau, Walter Kalles ist das doch, oder? 7. Den hast du eh gestiegen. Komm, schnapp ihn dir. Den kriegst du noch. Um die Ecke rum. Jawohl. 9. 10. Boah, da steht er noch wo, oder? Ach, du meinst. Wer ist denn? Super. Super. 10. Prima. Erste Frau. Super. Komm, schnapp dir den noch da vorne. 2. Oh, sauber. Oh, sauber. Prima. Oh. Super. Super. Eben Platz. Prima. Prima. Super. Ja, runter. Jawohl. Ja, das gehört doch. Haha. Gleich geschafft. Jawohl. Schön. Jawohl. Legens um die Ecke rum. Jawohl. Okay. Danke. Jawohl. Prima. So, hopp, hopp, hopp. Wieder weiter geht's. Ja, du darfst das. Ja, ja. Wir machen auch und so. Ist nur auf Video, mach nix. Haha. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Der zweite Platz in einer Zeit von 29.51 Uhr Der zweite Platz in einer Zeit von 29.51 Uhr Der zweite Platz in einer Zeit von 29.51 Uhr Der zweite Platz in einer Zeit von 30.51 Uhr Die Zeit von 29.51 Uhr Ja, wie in Klasse. In Klasse. Vielen Dank. 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 ... 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 Hallo Lelo! Hallo Lelo! Hallo Lelo! Hallo Lelo! Hallo! Wir sind ein wenig bergab! Aber genau, auch sonst weiß ich mal das ab, diesmal. Guck mal. 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 Super! Super! Wir wollen wieder, super! Ich hätte auch keine Akkottung nehmen sollen. Barbara, klasse! Hi, Stefan! Super Schuhe, Stefan! Oh, ja, super! Wir müssen jetzt mal lächeln nochmal aus. Ja, ja. 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 Ja, ja.